Vor langer Zeit begab sich ein junger, aufstrebender Mann, namens Summer Jam, auf die Suche nach seinem von Gott gegebenen Recht, seinem Huck. In den Ruinenreiz sollte eines Tages ein Skorpion sein Leben für immer verändern. Erst hielt er es für einen Fluch, doch schnell begriff er, dass es ein Segen war. Denn des anderen Minus wurde plötzlich zu seinem Plus. Jedes Mal, wenn er in seine Tasche griff, um sein hart erarbeitetes Geld auszugeben, hinderte ihn der Skorpion daran, mit einem Stich. Das ist die Geschichte des Skorpion King. Skorpion King? Ach scheiße, ich habe hier gar keine Ruhe an, Alter. Scheiße, was ist das? Ja, was ist los, Alter? Jedes Mal lässt er mich sparen, Alter. Bruder, ich staub auch mal, was ist das, weißt du was? Was für Staub, Bruder, 5 Uhr morgens Staub? Was ist der Plan, Bruder, um die Uhrzeit, was willst du? Was war das? Du hast jetzt Promo-Phase, oder? Ja, also. Äh, was fehlt dir? Ich habe eigentlich Album jetzt fertig, ich muss nur noch Suche Kleinigkeiten einkaufen, wollte ich gerne. Ja, also. Siehst du, das haben wir doch schon die ganze Zeit besprochen. Wir fliegen jetzt weg, bis die Klamotten einkaufen. Bruder, hör auf. Ihr Klammern. Nein. Hier wirklich. Wo fliegen wir? Paris? Bruder. Wui? Rom? Jem, Alter. Mailand. Ey, du hast keine Ahnung, von New York. Von New York. Ey, ich glaube, wir fliegen nach New York. Ist das ein Bull? Habe ich jetzt eine Vielfleisch gebrochen? Bruder, Hammer. Und du denkst jetzt wahrscheinlich die Stinia Park oder die Standtaché? Ja, wohin denn sonst? Komm mit! Die Stinia Park wäre geil, Bruder! Warte mal! Da siehst du, Gucci und Louis Vuitton und so, ne? Ich habe mir geschworen, nie wieder H&M und Sarah. Heute ist mein Keller voller Prada. Das müssen wir in die Tarte umsetzen. Diese Zeile wird heute definitiv in die Tarte umsetzen. Und sitze ich im SL, siehst du auf meiner Brust YSL. Ja, Yves Saint Laurent. Komme ich? Wir haben hier einen Yves Saint Laurent Store. Zeig ich dir. Zwei, drei Gucci Stores, unnormale Bruder. Louis Vuitton haben die hier auch. Bruder, du bist der Beste ohne Scheiß. Erster, multiple Plode caressiers und viermalen Frau. Jäger, 1 kg mehr, 4 kg mehr, 4 kg können weg. alies Ne sind rechts auf der Karte glaubt. Ich begrüße es bei uns, Spann mit einem Beste coffee store. They sind hier colored Appent go. Sie sind hier, bercoat und können. Die sind nicht so beschmiert mit Edding, Tags, irgendwelche Huren, so einen Namen, die keiner kennt, was recht. Taxi sind dahinten. Wieso Taxi? Bruder, komm nicht Handtasche und ist in der Park. Ich hab mir jetzt zufrieden. Komm mal nach oben. Bruder, was ist dein Ernst jetzt? Ja Bruder, willst du Geld sparen? Bist du Gucci? Bist du Louis Vuitton? Bruder, was ist los? Guck mal hier rein. Du weißt, was hier drin ist. Natürlich will ich sparen. Okay, komm Bruder. Scorpion wins. Bruder, bevor wir hier einkaufen und so, bevor wir überhaupt anfangen, damit das klar ist. Das war deine Idee. Also geht das auch alles auf dich. Ja, kein Problem. Du weißt, was hier drin ist. Ich muss dir das nicht... Kein Problem. Ich mach das. Kein Problem. Komm. So Bruder, guck mal hier ist doch schon mal ein guter Laden. Meinst du? Ja, guck mal hier haben die Gucci anzüge. Sport anzüge. Pest gut. Güzel. Ne? Ne kadar bu, Abi? Abi, 120 Millionen. Was sagst du? 120 Millionen. Wie ist das in Ordnung? Pest scheiße. Pest scheiße. Ja, nicht schlecht. Nummer, wach, 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 wach. Also Luzi auf jeden Fall. Oder hier Louis Vuitton. Haben die auch nochmal. Louis Vuitton knallt besser, ne? Weil der Gucci hat, der Case hier wahrscheinlich schon alles aufgekauft. Hier diesen Louis Vuitton anzug. Kann ich den nehmen? Ja, lass uns den Louis Vuitton anzug. Ja, dann haben wir ihn schon mal. Das mach ich für erste Finger. Ja. Bana, bana. Bana, bana. Bana, bana. Bana, bana, bana. Bana, bana, bana. Bana, bana, bana. Bana, bana, bana. Ja, passt. Einmal吧 Hay Having! Wer hat es an FORW follow? H woh? Çok非常 harsti кое. ESST Macht. Çok spinning. Einmalgas Ll interesante. E gezeigt sing sigueiane. Ne koste ne koste? 100 Td3. Ta ist das an den koste. Ja, sieει. Ja, sie Tret. Ja, sie ziehen sich nicht. Es ist 20 Td3. Zeigest du uns alle musique. 10 Td3. Die ist da die人? Das war mal eine große Strecke. Das ist doch schon. Das ist das, ich bin mein Schal. Was für die Mark Louis Vuitton? Ich bin 50. Ich bin 20. Ich bin 20. Ich bin 20. Ich bin 20. Wie ist das? 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. 50.000? Nein. 50.000. 30.000. 50.000. Das ist für den dünn, das ist für den Orginal. Das ist für den Orginal, oder? Das ist für den Orginal, das ist für den Orginal. Es kostet 30 oder 50 Lirat. Hier ist 50 Lirat, hier ist 30. Hier ist 30 Lirat. Hier ist 30 Lirat. Hier ist 30 Lirat. Das ist 30 Lirat. Das kostet 15 Euro. Das kostet nicht nur ein Liefer. Das ist ein guter Preis. Der kostet bei Gucci 250 Euro. Kannst du direkt mitnehmen. Ich wusste gar nicht, dass er bei Bengal Musik das immer so macht. Die Käse, die ganze Sachen... Die ganze Jacke vom Käse. Du willst auch die Schuhe, ne? Ja, was denkst du da? Nimm die mit, nimm die mit. Tamam, Mann, bitte. 40 Euro, nicht wahr? 10,50 Euro. 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 1,50 Euro. 11,75 Euro. 10,50 Euro. 1,45 Euro. 11,50 Euro. 10,50 Euro. 10... 11,50 Euro. 10,50 Euro. 11,50 Euro. Die sich inheritance... Das ist richtig democratsbestimmt. 12,50 Euro. Wie viele 우와 softhabdas??? podemont. 10,50 Euro. 10,50 Euro. Das ist großartig. Das kann ich auch nicht sagen. Ja. Tschüss. 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 Bruder, du hast jetzt hier einen Jogginganzug. Ja. Und du hast einen Schal. Aber du hast auch die eine Single, wo du ein bisschen feiner bist. Dafür brauche ich auf jeden Fall Gucci Schuhe. Gucci Schuhe? Gucci oder Louis Vuitton. Bei dem ist gut. Die haben wir auch mit Käse gekauft. Ja. Hier. Ihr habt ja auch eure Taschen gekauft, die Gucci-Taschen. Ja, ja. Geht's gut? Perfekt. Willst du den nehmen? Kannst du noch zur Anzug anziehen? Natürlich. Dann nehme ich den. Farid, du bist hier in der Laden, wo du deine Uhr gekauft hast. Aha. Ja, den zeig ich dir. Den da vorne. Komm. Das ist normal bei den Rolex. Das habe ich auch bei meinen. Das ist hier. Er hat so eine Lizenz oder was? Ja klar. Das ist hier eine Lizenz. Das ist direkt für Rolex. Aber nicht für Schweizer Rolex. Das ist hier. Das ist hier. Das ist das hier. mit dem, Alter. Komm, hier, hier. Teşekkürler, Abi. Komm, ey. Bruder, wir haben jetzt hier die ganzen Klamotten, wie ist das? Nicht, dass sie das checken irgendwann. Bruder, seit 8. Pazaka machte ich das, Alter. Und noch nie hat mich einer drauf an sich gebrochen. Krass, Alter. Krass, Alter. Ich glaube, der Casey hat das damals schon zu Roboter-Zeiten verdammelt. Und ich Idiot, Alter. Lauf ich bei Pik und Kloppenburg rein, das Geld, was ich verdiene, gebe ich wieder aus, Alter. Oh mein Gott. Heftig. Hätte ich mal vorher auf dich gehört, Alter. Original? Original, ja. Original, sagt er. Ja? Ja. Ich glaube, dem sogar. Und das sieht auch aus wie einer, der bei Douglas arbeitet. Abi, wissen Sie, Karakül? Ja. Wir kommen direkt aus Amerika. Amerika'dan? Yok, Kıbrıs'tan geliyor abi. Süper. Ne kadar ist das? Abi, sen Türk olduğun için normalde 30 liraya satın, 40 liraya satın. Valla aynı fark, 50, 60 liraya, 70 liraya. Siz daha iyi widersiniz. Sen Türk parası olarak abi, 100 liraya satın, 60 liraya satın. 30 liraya satın. 30 liraya satın. Yok, kaldı. Böyle iki tane alırsan. Nasıl? İki tane alırsan. Bir de... Ekvoteci Armani var abi. Bir de Armani var böyle. Ne kadar? Abi, 35 liraya satın. İnan, 10 liraya gelişi var da işlerden kadar. 30 liraya. Bravo. Bravo. Bura, ben ben şunu yedim. Ne? Bunu söyleme. Siyales, Viagra, bla bla bla. Abi, Türkis Viagra var mı? Olmaz mı? En güzeli burada. 4-5 liraya satın. Ooo! 5 liraya satın. 5 liraya satın. Zaten biz de 5 tane aşağı istemiyoruz. Değil mi? Sen zaten öldürürsün kadını. Ben, hypikati var mı burada? Bak artık, bu büksin. Bıksin biz onun kafam. Yaa. 3 liraya sorsan. 51 liraya tut. Haha! Yok. 51 liraya tut. 51 liraya tut. Çok güzel. Eğer具le. Eğer ben seyir yaparım... Maybe she is dying. Maybe she is dying. In Poland, there is a name. Some people there, they call them Yarek. Yarek? Yarek. Yarek diye isim var. Bu da hep şakasını yapıyor. Anladım, anladım. Orada da birisi var. Normalerweise Türkisch Yarek. Yes, yes, I know. Bu, baharat, Karışık Bal. Birte. Ne yapılıyor bu? Yeniliyor mu? 2 kaşık yiyorsun. 2,5 kaşık. Arkasından sıcak suyu çöksün. 20 dakika bekliyorsun. Etkisini gösteriyorum. Ne kadar bu? 80 lira. 80 lira. Ama... Kansın 80 lira değil mi? Sen ne akçırıyorsun? Bu videoyu izlediğiniz için. Güzel. 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 Bayan gücü var değil mi? Yok, bayan olmaz. Yoksa yok. O zaman rey ben alayım ya. Hadi rey ben al. Kilo. Tamam. Bu film mi çekiyor? Bu ne yapıyor? Abi sana bu kadar abi. Film çekiyor. Hı. Film çekiyor. Hı hı. Bu anlamda mı? Tamam. Abi ben biliyorum. Sen dışarıdan mısın? Nemlim et, nemlim et. Tamam ben bunu alıyorum. 10 lira dedi arkadaş. 15. Yok yok. Benim valimdir oğlum, bana değildir. İstersen. İstersen. 80 lira mı? Evet. Ayy. 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 Skopyum. Ne oldu? Elini mi kesti? Akrep var da cebimde. İyiyim. Kardeşim, mereket versin. Gel. Teşekkürler abi. Elini mi kesti. Skopyum. Bruder, du mal. Da ist. Fockshot. Unnormal, Alter. Dankeschön nochmal, ne Bruder? Bruder, kein Problem, Alter. Das lohnt sich ja. Du musst hier vernünftig angeziehen können. Bruder, wie geil. Ich wusste gar nicht, dass ihr bei Banga Musik das immer so gemacht hat. Wunderbar. Ja klar. Voll geil, Alter. Das hat mir beter, oder nicht? Ja klar, Bruder. Vor allem, weil die Modelle die gibt's auch nicht in Deutschland. Die gibt's eigentlich im Schlörungsfeld. Boah, unnormal, Bruder. Auch dieses Parfüm, was wir geholt haben. Riffschübertrieben. Warum kennst du das? Ja klar, Bruder. Die Idioten, die bezahlen dafür 50, 60 Euro einfach. Als gerebig gewesen. Ja. Boah, ich muss das direkt einmal dran machen. Und der Typ, der hat auf seine Mutter geschworen, auf was echtes. Ja. Glaub ich dem auch. Ja klar. Guck mal, wie heftig das alles ist. Die ist am Deckel. Die ist am Deckel, ja. Warte. Was ist denn? Boah, ist ein Korn lassen, oder was, Alter? Boah. Und nochmal. Boah. Bruder, ich muss die Sachen direkt anziehen. Ja, zeig mal. Gib mir 5 Minuten, ich komm gleich. Okay, Bruder, bis gleich. Ich bin hier, ich warte. Was ist dann? Boah. Fahrid. Boah. Bruder, Alter! Bruder. Bruder. Bruder, ne? Ey, du liest über Kriegen raus, Alter. Guck mal, wie groß ist das. Bist du jetzt da? Submarine. Ey, Alter, dein Aussie. Meinst du, so kann ich... Ey, das sieht... Aber ich lasse die Dings dran, Bruder. Damit die mich nicht abfacken in Deutschland. Siehst du doch, dass es original ist. Ey, Bruder, das sieht echt. Und so habt ihr auch mit Casey gemacht? Ja, so hab ich das auch gemacht. Kennst du meine Gucci? Ja klar. Wie heftig, Bruder. Guck mal hier, die Gürtel. Bruder, den hab ich auch da gesehen. Ja, hab ich auch. Deshalb hast du fünf, sechs von mir. Ja klar, deine Brille, die ich im Video anhatte. Ja. Welche ist das denn? Ach, krass. Hälfte, schlimm, du hast recht. Aber das dran lassen, ne? Ja, auf ihm. Bombe, Alter. Du siehst richtig gelohnt. Ja, ne? Hammer. Hat dich richtig gelohnt, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder. Dankeschön, Bruder. Scorpion wins. Marc, rob Roll. Guck mal hier. Du wirst dein Geist, sprich. Du wirst dein Geist... Entfergte dich welche? Deine Gitarsteller. Ne?